Hat der Sexspielzeug? Schwule stehen auch totale Sexspielzeug. Ist der schwul? Klar ist der schwul. So schwul, dass er mit der bloßen Hand bügeln kann. Sag mal, du kennst doch den Herz, na? Ich kann bloß hoffen, dass er sein Sexspielzeug jut wegsperrt. Wenn Kinder sowas finden, das kann ein richtig Trauma geben. Wie bei unserem Pascal Philippe. Und mein Cousin, liest du, der so ein bisschen langsam ist im Guck. Die sagen, das kommt davon, weil er einen Omas Schuppen in Dildo gefunden hat. ... ... ...